Wunderschöne Gerande Wunderschöne Gerande Wunderschöne Gerande Das ist unheimlich sehr zufrieden. Wieder waren noch komplett in Holz gebaut, mit Drähten. Die Drähten untereinander verwandten. Der Papa, jedenfalls aus dem ersten Weltkrieg, den Sie uns immer noch zählen können. Der Papa ist ein sehr zufrieden. Ich muss es sein, dass Sie es nicht nachdenken. Der Papa ist ein sehr tolles Teil. Der Papa ist ein sehr starkes Teil. Der Papa ist ein sehr starkes Teil. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ihr schmeißt jetzt dann Fallschirme ab. Die Dreckheit, die Beheblichkeit ist nicht so wendig. Wir machen das Ganze natürlich ein Stück schwerer, als wenn man noch Korrekturen bräuchte. Wir machen das Ganze nicht so wendig. 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 Die Schwalbe 2 zieht uns sehr schön von unten. Die Rippenbauweise, wo eben nur der Nasenbereich beplankt ist. So, der Transpantel fündet die Landung an. So, der Schlepppilot startet nochmal durch, damit eben für den Segelflieger genügend Platz. Bis dann, damit es eben am Boden auch keine Kollision geben kann. Jetzt gibt es nochmal eine Kurve. So, jetzt sieht man dann, wie er die Klappen zum Bremsen innen drin nach unten fährt. Ja, wunderbar, sie landet. Und dann, wie es jetzt noch ein paar Jahre alt ist. So, jetzt sieht man das ganze Jahr aus. Das ist so. Aber nicht Segelflieger. Aber nicht Segelflieger. Ja, schon mal der Schlepp. Ja, schon mal der Schlepp. Da sind ja so. Aber nicht Segelflieger. Ja, schon mal der Schlepp. Was? Ja, das ist so. Danke, Harry. Danke, sagte Franki.